Gute meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid hier bei den Gameswelt Nachrichten, ich bin der Firmin und habe wieder vier Themen für euch am Start. Der GTA 6 Hack, jetzt äußert sich Rockstar, Diablo 4 bekommt eine Closed Beta, bei Elen Ring erwartet euch ein Brettspiel und noch ein neues Spiel und zwar Sins of Solar Empire 2. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News! Der massive Leak rund um Grand Theft Auto 6 hält die Spielindustrie nach wie vor in Atem. Die Fans freuen sich natürlich wie ein Schnitzel endlich Material zu GTA 6 zu sehen, während Rockstar versucht mit allen Händen und Füßen das Material zu entfernen. Inzwischen hat sich auch Rockstar offiziell dazu geäußert und damit auch die Echtheit des Materials verifiziert. Man bestätige, dass durch einen nicht authentisierten Netzwerkzugriff vertrauliche Informationen aus dem System entwendet wurden. Dabei handelt es sich vorrangig um frühes Material zu GTA. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht, so hat der Hacker, laut TheGamer übrigens ist der Kerl gerade erst mal 16 Jahre alt, wohl noch mehr Videomaterial sowie Teile vom Sourcecode. Auf den Listen der am heißesten erwarteten Titel für 2023 steht bei vielen Diablo 4 wohl zurecht ganz weit oben. Vorab soll es jetzt schon mal eine Beta-Version geben. Die Closed Beta konzentriert sich dabei vor allen Dingen auf die Endgame-Inhalte. Teilnehmen können an der Testphase alle Plattformen, also Playstation 4 und 5, Xbox One und Series sowie der PC. Wie es sich für eine Closed Beta allerdings gehört, müsst ihr euch vorab anmelden oder ausgewählt werden. Blizzard will dafür vor allen Dingen Spieler auswählen, die viel Zeit im Endgame von Diablo 2 Resurrected oder Diablo 3 verbracht haben. Die Einladungen sollen dann bis zum 18. November verschickt werden. Aber keine Sorge, solltet ihr nicht ausgewählt werden, Blizzard plant auch eine Open-Beta Anfang 2023. Elden Ring ist für viele wohl das Spiel des Jahres und ohne Zweifel gehört es definitiv zu den besten Spielen des Jahres. Und wie wir es gewöhnt sind, wenn erst einmal etwas wirklich gut ankommt, wird versucht mehr zu machen. Aktuell steht hier eine Brettspiel-Umsetzung von Steamforged Games ganz hoch im Kurs. Das Spiel soll dabei für ein bis vier Spiele ausgelegt sein und sich recht eng am Original halten mit dem gleichen Szenario. Die durchaus schweren Kämpfe aus dem Spiel werden dann durch intelligente, aber würfelfreie Kämpfe nachgebildet. Hier ist stets strategisches Vorgehen gefragt. Finanziert werden soll das Projekt über Kickstarter, wann die Kampagne startet oder wann das Spiel genau erscheint, ist noch nicht bekannt. Und zum Abschluss habe ich mal wieder ein neues Spiel für euch. Sins of Solar Empire 2 von Stardock Corporation und Ironclad Games. Der Sequel zum 4X-Weltraum-Strategie-Spiel setzt auch dann wieder auf packende Echtzeit-Schlachten um die galaktische Vorherrschaft. Euer Ziel ist es, das eigene Weltraum-Imperium aufzubauen, zu erweitern, Kämpfe zu bestreiten und die Oberhand zu gewinnen. Ganz egal, ob alleine oder Multiplayer, bis zu 10 reale oder KI-gesteuerte Spieler können zeitgleich antreten. Sins of Solar Empire 2 erscheint dann laut dem Epic Games Store schon sehr bald dem Early Access am 27. Oktober für den PC. Und das wars auch schon wieder mit den Games-Welt-Nachrichten für heute. Wir hören uns morgen pünktlich um 19 Uhr mit den ganzen News vom Nvidia-Stream. Bis dahin machts es gut, Servus!